Musik Musik Jo Leute, ich bin's wieder, euer Alex von AlexZockTV Heute zurück mit nur Runde Battlefield 4 Multiplayer Ja, ich lege direkt los Äh, pack mir die Wobei, pack mir direkt mal hier das MG Und, Moment Anpassen Natürlich eine andere Hier, hier gab's, äh, muss ich noch ein paar Stumm schalten Hier gab's ein geiles Update, also Beziehungsweise Moment, wie mach ich das? Du da halt Ich weiße Team Setup Ja Ne, wie geht das, wie kann ich den Netz leise schalten Keine Ahnung, geht grad nicht Naja, auf jeden Fall Gab's, äh, ein Gratis, ja wie soll ich sagen Ein Gratis Pack, Special Paket Dass alle, äh, Handfeuer Waffen Freigeschaltet werden Jetzt hab ich ihn mal direkt mal geholt Das war jetzt ein paar Tage gratis Und, ja Und, ja Dann wollen wir hier mal ein wenig aufräumen Wenn's dann Wenn's dann ent- Boah, Aufwärtsrockler Wenn's dann mal klappt, sonst Weil, vorher hat das mit dem Aufräumen ja nicht so gut geklappt Aber ich hab inzwischen auch ein bisschen geübt Und bin tot Ein bisschen geübt Hat man ja grad gesehen Umliga Wie kann ich den jetzt hier Muten? Muss ich das auf den Tab machen Neine Konsole will ich nicht Äh, ja gut, dann packe ich mir mal Sturmgewehr 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 Boah Halt die Fresse jetzt Möcht' mal nachgucken Wie ich jemanden mute Kann er mir in die Kommentare schreiben Wie war da grad einer? Wie war da grad einer? Ich mein' ich hätte da jemanden schießen müssen Es geht doch da Meine Güte Boah, hatte ich Glück Da hatte ich wirklich Geil Schränkte auf ne Visierung Da hatte ich grad wirklich nur Glück Mit dem, dass sie da vor mir gespawnt sind Die haben sich bestimmt auch Sehr aufgeräumt Äh, aufgeräumt Sehr gefreut Soviel zum Thema Aufräumen Vollgas Zack, geh rüber Wollen wir hier mal ein bisschen aufräumen Und da wurde ich von unten gekillt Wär ich doch besser reingelaufen Vollgas hier Immer diese langen Ladezeiten zwischen den Toden Das nervt einen irgendwie nicht Das nervt einen irgendwie nicht Dieser Pointer ausschalten Wo war der denn jetzt? Da hinten Wo war der denn jetzt? es klappt schon ein wenig besser mit battlefield 4 muss ich an der stelle einfach mal hier einwerfen vorher war das ja eine katastrophe und ich bin tot es war wirklich vorher eine katastrophe aber ich meine es geht eigentlich ich bin nicht drauf aber ich habe schon meine 4 kills oder so es hält sich in grenzen aber es geht und unser squad ist zweiter die kriegen wir noch ich habe ich angesniperd von irgendwo What? Granate, Granate, eine Granate nach der anderen. Und da kämpft er da, der Wichser. Findest du lustig? Spasti. Spasti. Den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir jetzt. Ah, Mann! Mist, ich brauch bessere Waffen. Scheiße, Laserpointer. Okay, Vollgas. Es gibt nur ein Jahrs. Vollgas. Was soll das denn? So schnell kann doch keiner schießen, Spasti. Oh ja, klar, Alter. Fickt euch doch. Fickt euch doch aufs Knie. Und du hältst eine Fresse jetzt. Ein bisschen taktischer Vorgehen hier. Ja, das war sehr taktisch. Dich hab ich gesehen, du Hurensohn. Oder auch nicht. Bist du? Bist du? Ja. Nice, nice, nice. Ja, kommt doch. Alle. Ja, geht doch. Ja. Geht doch. Ja, gut. Ich hatte ja auch sehr wenig HP von nachher. Geht das aber noch? Na, immer nicht in der Liste. Aber ich glaube, ich bin gewonnen, so wie ich das sehe, oder? Ne, na, immer nicht. Wir sind immer... Jetzt sind wir dritter. Scheiße. Egal. Fickt euch doch, ihr Wichser. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Also, jetzt krieg ich euch. Läuft. Mann. Ja gut. Fickt dich doch. Immer die Wichser, die von hinten kommen. Die mögen sie alle voll von hinten. Spastis. Spastis. Und Vollgas. Dann wollen wir uns mal hier noch ein paar Wichser schnappen. Du Hurensohn. Du Hurensohn. Fickt dich. Ernsthaft. Wirklich. Wirklich. Geh doch da jetzt rum, Mann. Geh doch da jetzt rum. Ah, hier. Geh mit die Käz. 90 vollgas man mit hatte mich gerade gemessert der wichser fick dich doch ja genau du fick dich squad hilfe zählt als kill fickt euch liebt der jetzt noch ich denke schon ich bin ich bin ich bin ja ja aekarus629 fick dich egal weiter grad liefst einigermaßen gut für meine verhältnisse ich bin jetzt nicht wie man weiß bin ich nicht so der battlefield profi man warum schieße ich nicht wenn ich ihn sehe ist idiot boah was fick dich man ich bin voll am verkacken und ich will hier mal meine scheiß kills sehen ein gut besser als delta squad die campen kann ja auch campen die 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 Bis jetzt doch keine Zeit. Auf jeden Fall kommt es, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertungen, wenn nicht negative Kommentare. Sind immer gern gesehen. Ich bin raus, haut rein, euer Alex von AXAK TV. Tschüss.